Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Die Band spielt im Juni und Juli 2023 vier weitere Deutschlandshows. Zwei Auftritte finden in München statt, zwei in Berlin. Der Ticketverkauf startet in wenigen Tagen. Die Tour zum Albumzeit geht in die Verlängerung. Die Band hat am Donnerstag vier Deutschlandkonzerte für Sommer 2023 angekündigt. Die Rammstein-Shows sollen am 7.8. Juni im Münchner Olympiastadion sowie am 15.16. Juli 2023 im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die Ticketpreise liegen bei 70 bis 131 Euro zuzüglich Gebühren. Bereits zum Ende ihrer jüngsten Europakonzertreihe hatten uns Sänger weitere Shows im kommenden Jahr angedeutet. Thank you Europe, see you 2023, hatte Lindemann auf Instagram gepostet. Beim Konzert im Belgischen. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.